Ich katapultiere mich hoch. Da schaut nie einer hin. Zone A gehört uns. Sie dürfen nicht noch mehr zunruhen. Wir sind nicht mehr. Zone B. Feind besitzt Zone A. Zone C gehört uns. Wir halten zwei Zonen. Zone C. Wir haben Zone A. Zwei Zonen unter unserer Kontrolle. Ich geh hier entlang! Ich keil nicht! Feind hat Zone, sie haben zwei Zonen! Platziere eine Sprengliste! Jetzt hat sich Zone A geschnappt! Die beste Heilungstechnik! Zone A gehört uns! Zwei Zonen gehören uns! Die Sprengmine aus! Zone B gehört uns! Zone 10 geht an den Gegner! Sie dürfen nicht noch mehr Zonen holen! Die haben den Schatzschützen! Die haben den Schatzschützen! Sie hören, Sie kontrollieren zwei Zonen! Ich heile. Deck mich. Wir haben Zone C. Wir halten zwei Zonen. Neuer Impuls. Stelle Falle. Haha. Wow. Ich platziere eine Sprengmine. Das war 1-3. Feind hat Zone C erobert. Wir haben Zone B. Ha! Wir eilen davon. Jetzt nicht nachlassen. Ich brauche Zeit zum Heilen. Wir haben auch Granate. Ja, lauf lieber weg. Wege Sprengmine aus. Hey, bin verletzt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah. Eiwe. Oh, mein Gott. Das war's. Ah. Ich heile mich. Ich heile, leck mich. Zweiter Zone, sie kontrollieren alle drei Zonen. Nehmt noch eine Zone ein. Stelle Falle. Zone C gehört uns. Kassiere eine Sprengmine. Hier fällt nichts auf. Die Fallen. Braucht Zeit zum Heilen. Das war alles rein. Lass dir das verleeren werden. Das war alles rein. Wir haben zwei Zonen unter unserer Kontrolle. Feind besitzt. Sie haben zwei Zonen. Wir haben 30 Sekunden. Zone B gehört uns. Zwei Zonen gehören uns. Sie gesprengmine aus. Zone B gehört den Zweiten. Sie kontrollieren zwei Zonen. Lauf lieber weg. Achtung! Gegner! Wir haben Zone B. Den Fuß erhalten. Genau das macht Free Gunners aus. Ihr macht mich stolz. D! Lauf